Ich werde euch zeigen, was eine dieser kann sein! Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Worms WMD. WMD steht im Deutschen für Massenvernichtungswaffe und wir spielen heute mit dem Robert. Robert ist ein guter Freund von mir und er weiß mittlerweile auch, dass ich aufnehme. Und somit wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Hallo! Du musst aber auch annehmen. Jo, oder? Oder bist du afraid of defeat? Nee. Are you afraid to lose, little Alex? Oh mein Gott. Ich habe jetzt nicht... Aber ich habe TasteWise mal nicht mehr den Rapper drin. Das stimmt. Okay. Aber der Rapper war eigentlich schon sehr geil. Ja, ich habe jetzt den angehenden Streamer. Angehenden Streamer Lore. Das ist eine witzige Kanone. Das ist eine witzige... Das ist eine witzige... Das ist eine witzige... Wozu gehörst du? Aber ich antwortete alle deine Kommentare! Ja, das ist eine witzige Kanone. Ja, du kannst es ja auch aufnehmen. Oh, ich will die Dubstep Kanone. Das ist ja auch geil. Oh, du willst ja gleich da aufgehen. Ja, ich will die Dubstep Kanone, Alter. Die Dubstep Kanone? Was passiert mir da mitten ins Gras eigentlich? Es geht nicht. Drei Sekunden noch. Ich will dich auch haben. Hä? Ich habe ja den Kipp. Die Ziege. Ok passt immer trotzdem. Ok merken wir uns fürs nächste Mal das Platzieren müssen wir dann wieder ausmachen. Ne aber ich finde das ganz gut eigentlich. Du willst mit Platzieren spielen? Ok. Ne nicht immer aber wir können es wohl machen. Spawn halt auch nicht. Es ist aber eine Mine ne? Ja. Es ist eine Tankmine. Ah ja. Ich habe gedacht so Kisten gab es am Anfang. Bist du Einhorn? Ja. Kleine Einhorn du. Ich will schon das ich mir in der ersten bin. Voll Dubstep Kanone auf den da unten. Haha. Na er startet halt echt mit dem. Auf dem Alex. Haha. Das funktioniert halt echt. Aua. Ich habe das Rift. Aber immerhin zu neiser Musik. Alter er ist nicht fucking Pinata. Geil. Geil. Seh nur ich in dem Mode nicht, wie die Würmer heißen, oder sieht man das einfach nicht? Ich kann es doch nicht einschalten. Ey, was haben wir denn da alles? Das fühlen wir dich vermuten. Oh, wir haben die Drohne. Wenn man das halt so macht, im Zweifelsfall legt man eine Granate rein und macht das gleich viel wie meine Awesome. Darfst du? Wir haben unendlich Granaten. Die Einhörner sind nicht so flexibel bei der Bewegung, also doch, doch, anscheinend doch. Ich finde das Spiel mal so viel besser. Wir sind einfach nur ultra lucky, dass meine Granaten heute zu fail sind. Warte, was? Die Sekunde noch? Ja, wir haben nur 30. Naa, ich habe gerade abgedruckt. Okay, ups. Ey, wir haben das gerade erst jetzt checkt, dass wir so wenig Zeit machen. Macht nichts. Ich kann nicht alles haben im Leben. Lul. Ich habe gedacht, das geht sich vielleicht aus. Du meinst, das ist eine gute Idee. Ja, war ganz schlecht. Die Cluster. Fuck. So. Ja. Ganz lange ist die Mine heute voll. Lacker. Ja. Das ist super. Springen müssen wir aber belieben. Und ich muss Granaten werfen, bis sie üben. Ja, warum das BMD ist meiner Meinung nach nicht so komplizierter als alle anderen davor. Außer man spurt auf Anfänge. Ey, ich finde gerade das Granatenwerfen gar nicht so kompliziert in BMD. Hallo. Ist gut, ich glaube, du kannst mich nicht wirklich treffen. Nö. Ich habe dich halt echt nicht. Der Stacheldraht Sounder macht mir keinen Damage, oder? Ich glaube nicht. Ja, was machen wir da mit dir? Vier Sekunden nur noch. Okay, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Alter, in der Zeit schaffe ich nichts anderes. Rohr in vier Sekunden. Are you using hacks? Are you using hacks? Ja. Alter. Ich habe auch keinen broken jump. Was machst du? Nee, nix, nix, nix. Nix gut. Komm, das muss doch gereicht haben. Am Arsch. Natürlich. Zwei, äh, 8 HP. Hier. Ja. 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 Das Hitter ist natürlich und das macht es wahrscheinlich nicht mehr an dem. Ja, dem Marine war, ne? Dann hätte ich jetzt erwartet, dass es jetzt reicht. Dann hätte ich nur, weil es dein Schuss war. Ja. Ja, ich habe mir gedacht, dass wir jetzt nicht mehr an den Marine war. Ich bin knapp, aber es geht sich auch. Weil die erste Cluster irgendwie so viel gemacht hat. Kommt mir vor. Was bist du? Was kann das Ding? Ich muss das jetzt ausprobieren. Nicht so viel unsubscriben, Leute. Was? Hä? Okay. Wo hast du das hinzelt? Oh. Das ist eine Rakete, die erst von Zögern ankommt. Oh, Bullshit. Und ich war es aber nicht wo. Ja. Ich sehe es auch nicht mehr. Sentry Turret. Echt jetzt. No. Aua. Lol. Das ist noch die Lila Feuer. Ist ja krass. Aber macht fast kein Damage. Oh ne. Er hat mich kaputt gemacht. Was hast denn du schon wieder? Oh, Luftangriff. Aua. Was? Auf den Kaktus. Okay, das geht. Wenn denn der Kaktus jetzt noch Damage machen wird. Das wäre halt echt sick. Das wäre awesome. Ja, das wäre schnell. Ach komm, du kannst doch nicht immer Clusters nach dem werfen. Nein. Nicht da? Nee. Das ist ja langweilig. Ich bin der Lurling. Fuck. Ja. Lecker. Das ist einfach zu geil. Oh, was hast du vor? Das geht dir nicht aus. Komisch. Aua. Nicht auf Squanchy. Oh, heilige Hand. Aber die springt wieder zu viel. Das ist so ein Bullshit in diesem Game. Jetzt fliegt halt einfach alles 80.000 Kilometer weit. Ja, schön. Ich wusste, dass du auf den ziehst. Aber es war mir halt scheißegal. Andererseits war es sowieso klar, dass dein Luck reicht dafür. Boah ey. Manchmal regt mich das echt auf. Oh, geil. Ich finde das super. Dein Luck ist halt manchmal echt unbegreiflich. Ich verstehe echt nicht, wie ihm so viel Glück haben kann. Es ist einfach... Was ist inzwischen wieder? Ein Boot? Ich habe ein Boot. Oh, nee. Und es kann... Nein. Im Moment hat er da bitte ungamed. Es gibt drei Möglichkeiten. Wie weit kann man sowas nicht verziehen? Auf jeden Fall nicht so weit. Wie weit ist das? Was ist das? Let's go! WTF ist das? Achso, die Drohne. Hey, was macht die? Damit kannst du Items einsammeln. Das war es. Ich will auch noch ramachen. und das drifft dich nicht ha 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 ... ... ... Wenn du die geworfen hättest hätten sie sie Troffen, einfach nur weil sie Lucky consolidationt, einfach nur weil sie LUCKY da hinten abprallt. Wer über ein Kaktus zurückkupst wäre und Troffen hätte. Ja sicher. Zeig dir mal, wenn wir richtig aimen. Ich meine, du drückst halt random irgendwas, aber es funktioniert halt. Geil. Du bist schon dreckslackig, es ist voll krass. So nice. Die Österreichs schimmelrot. Es war schon ganz gut, gutes Game. Oh ho ho ho. Like. Auf Wiedersehen. Bye bye.